Als ich klein war, haben wir noch da unten auf der Straße gespielt. Es hat sich schon sehr verändert. Krieg ist hier los! Wichtiger Weltkrieg! Die wollen, dass wir sterben, damit die überleben. Angeblich ist die Landwirtschaft zum Erliegen gekommen. Sogar in Deutschland. Jetzt lassen die mich nicht mehr nach Hause. Wird es eine neue Welt geben. Ah, ein Team! Ein Team, Herr Peter! Aller Tag! Aller Tag! Aller Tag! Aller Team, Herr Peter! Man sagt ja, die Utopisten von heute sind die Realisten von morgen.